Richard Olsen, Sie sind CEO von LICKE. Mit Ihrem Unternehmen wollen Sie einen globalen, digitalen Marktplatz errichten, sehr zukunftsweisendes Projekt. Wie soll das genau funktionieren? Sie kennen ja Marktplätze wie die Schweizer Börse, die New Yorker Börse. Jetzt machen wir das Gleiche auf Blockchain. Das ist ein Cloud Service, wo lokal regulierte Einheiten sind, wo Sie über ein Wallet oder eine Webapplikation auf den Marktplatz zugreifen können. Sie sind noch kein Unbeschreibensblatt, auch im Devisenhandel. Sie haben die Devisenhandelsplattform Oanda gegründet. Jetzt sind Sie bei LICKE, jetzt wollen Sie etwas Neues machen, Ihre Erfahrungen einbringen dort. Sie haben letztes Jahr auch mit dem Devisenhandel bei LICKE angefangen. Wie lief das an? Zuerst, wenn Sie eine neue Firma machen, kennen Sie niemanden. Aber trotzdem haben die Leute gehört, was wir machen. Anfangs sind dann 500 Leute, die unsere Wallet heruntergeladen haben. Jetzt sind wir in der kürzesten Zeit plötzlich bei 15'000 Wallets. Das nimmt momentan rapid zu. Sie wollen ja auch einen Aktienmarkt ermöglichen auf dieser digitalen Plattform. Wie muss man sich das vorstellen? Ich will z.B. eine Aktie kaufen von Novartis oder eine von Roche oder verkaufen. Wie soll das digital funktionieren? Es ist eigentlich ganz einfach. Sie kennen ja das Instrument von einem Tracker. Also in der digitalen Welt kriegt man einen Tracker von Novartis und der Nutzer von unserem Exchange kauft dann einfach den Tracker. Wir haben das implementiert für LICKE selber. Das heisst LICKE Aktien ist kaufbar als eine LICKE Coin. Und jeder, der bei uns ein Wallet öffnet, kann bei uns LICKE Aktien kaufen und verkaufen. Jetzt ist es so, dass etwas wichtiges im regulierten Börsenhandel ist ein Settlement. Das heisst eine Zuteilung, Auslieferung der Titel. Wie funktioniert das auf einer LICKE Plattform? Das klingt etwas provokativ. Also erstens in der neuen digitalen Welt müssen Sie gar nie mehr Settlement haben. Sie ist ja in Blockchain. Da können Sie jederzeit nachschauen, ob es Ihnen wirklich gehört. Und was wir auch machen, wir machen eine Online-Aktionärsversammlung, wo Sie online wählen können. Also die ganze alte Welt mit der Komplexität, die braucht es nicht mehr. Soweit man dann die alte Welt noch physisch hat, wird sie zum Teil noch dort abgebildet. Aber die Leute in der Tracker-Welt, dort kann man das auf digitaler Ebene viel effizienter abwickeln. Eines am wichtigsten auch beim regulierten Börsenhandel ist ja auch die Regulierung. Das heisst, es gibt sehr viel Insiderhandel, es gibt sehr Frontrunning an der Börse. Also alles Sachen, die strafbar sind. Wieso kontrolliert denn der digitale Handel, Aktienhandel? Also jetzt ist es ganz wichtig, dass sich die neue Welt regulieren lässt. Also wir geben sehr viel Geld aus, damit wir die regulatorischen Anforderungen können, zum Beispiel in der Schweiz erfüllen, in England, Singapur und Amerika. Und das Interessante ist, aber in dieser neuen Welt ist eigentlich das Verhindern von Missbrauch viel einfacher. Weil alles so klar nachvollziehbar ist. Schlussfrage, Sie haben zum Beispiel Ihre eigene Lückenwährung auf den Markt gebracht. Es gibt ja die bekannteste digitale Währung, Bitcoin. Das ist in den letzten zwei, drei Monaten abgegangen wie ein Raketchen. Also die Währung hat sich verdoppelt, verdreifacht den Wert. Als normaler Finanzmarktbeobachter ist man immer etwas skeptisch, wenn es so massive Sprünge gibt bei so Finanzwert oder Vermögenswert. Wie beurteilen Sie den massiven Sprung von Bitcoin? Also jetzt muss man zwei Sachen reden. Bitcoin selber, also Blockchain, das ist datiert. Das sind gewisse technische Probleme, die da sind. Es gibt andere Blockchains, wie zum Beispiel Ethereum oder Waves, die sehr viel mehr Potenzial haben, weil sie technisch besser ausgesagt sind. Die Preisvolatilität von den Cryptocurrencies kommt daher, dass der Markt nicht richtig konstruiert ist. Das heisst, er ist zu volatil. Und gerade im heutigen Umfeld, wo wir konfrontiert sind, dass heute weltweit nur 20 Millionen Leute ein Wallet haben. Bis Ende dieses Jahr sind es vielleicht 40 Millionen. Und das gibt viele Kaufinteressen, die den Trend nach oben noch verstärken wird. Kann man hier von einer Bubble reden bei den Bitcoins? Einerseits hat man natürlich, wenn man kurzfristig anschaut, einen Bubble. Aber umgekehrt sind die sozialen Auswirkungen dieser Technologie so gross, dass wir heute erst wirklich am Anfang der Entwicklung sind. Herr Olsson, doch was ich brauche. Danke, Herr Olsson. Vielen Dank.